Die kommen nicht mehr weg, oh jetzt. Geht heute voll? Ähm... Die kommt mal weg, irgendwie. Ja! Shit, aah! Wie geht's dir aus und mir geht's nicht mehr so gut, äh, ja. Why, hello, how you doing? Äh, ja. Kaufgeld aus, Fallungslevel entfernen, so, 400 Dollar, so. Warte, wir holen kurz mein Auto, vielleicht geht's damit besser. Wir können doch mal einen kleinen Smart nehmen, der fliegt am schnell, am höchsten. Okay, warte, dann fliegen wir ins Wahnsinn. Der steht hier vorne, direkt vor der Straße hier, warte. Ich weiß, ich weiß, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Du bist dran vorbei gefahren. Ah, nee. Hallo, hallo. Gut. Oh Gott. Jetzt nur wirklich eine Sardinenbüchse. Und kann man morgen in jedem Supermarkt kaufen, frisches Menschenfleisch in der Konservebüchse. Äh, ja komm schon, ja komm schon, Kleiner, das schaffst du doch wohl, mal zu fliegen. So. Ernsthaft. Kann der jetzt nicht, die kleine Büchse kann nicht fliegen, aber ein Bus hebt ab wie sonst was? Ja genau. Wow. Alter, was war das denn? Ey, das war ja so schnell wie Son Goku, ey. Mein Auto. Ach egal, die Karre ist eh rotz. Das Auto ist noch fast in Ordnung. Aber Semi lebt noch, oder? Wow. Autsch. Wir sind wieder gerade gelandet. Hauptsache das. Uns kann nichts passieren, der hat nen Überrollkäfig, der Wagen. Uns kann nichts passieren. Äh. Was machst du da? Ich kann dir, ich kann dir auch zeigen, wie man einen Wheelie mit nem Panzer macht. Da muss man nur an eine bestimmte Stelle. Wenn du das willst. Lass mal den Leuten mal so viel zeigen, wie möglich, ne? Jetzt fliegst du bei uns, stehst du wieder falsch. Also bei mir stehst du falsch. Mach mal. Ja, du stehst auch vor der, ja ja, vor der Tür, Stand der Bauer. Ja, stimmt. Yay. Okay. Wir fliegen und wir brennen. Ähm. Scheiße. Raus, 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 raus. Nein, bleib drin, bleib drin. Nein, alter. Okay, ich bleib drin. Ich flieg ne Runde. So langweiligin. Bist du langweilig? Du hättest drinnen bleiben müssen. Ich bin in der Luft explodiert. Oh, ich hatte keinen Fallschirm. Ja, ich hatte keinen Fallschirm, alter. Ich bin in der Luft explodiert. Komm, den hol ich nochmal neu, den Wagen. So. Jetzt haben wir der Fabrik neu. Ja, ich komm eben zu dir. Oder hol mich einfach, oder hol mich ab. Komm dir entgegen. Woher können wir dir helfen? So, Panto. Komm dir jetzt rein. Komm dir hin. Du musst... Ey, du musst... Die paar Krötenversicherung musstest du übertragen, ne? Ich glaub's mir egal. Waren nur 1.000 Dollar. Ja, der Wagen ist auch nichts wert, ey. Voll der Schrott dem... Wenn wir das mit einem Edda machen, dann kostet das 12.000. Das lassen wir mal lieber, ne? So, Panto, da ist er. Panto funktioniert jetzt auch. Also, ich meine... Mit deinem sollen wir was machen? Oder was? Mit deinem teuren Auto? Nein, nein. Das ist jetzt mit dem Panto. Weil ich will auch der... Der gute Edtricks mal fliegen. So, du fährst. Ja, damit wir dich wieder bezahlen muss, ne? Also, ich hab schon so viel Kohle verloren durch die ganzen Sitzungen mit euch. Äh, so viel Geld. Tausendmal gestorben. Unmengen Munition verballert. Watt. 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 So. Au. Bei mir ist nichts passiert. Bei mir hast du gerade jemanden gerammt. Jetzt ist das Auto noch voll ohne Kratzer. Jaja, lügt doch nicht. Von wegen keine Kratzer. Nee, bei mir ist wirklich kein Kratzer. Ich hab eben gerade das Schild mitgenommen. Aber das Auto war bei mir... Bin ich dran vorbeigefahren. Ach, da ist der etwas... Leicht ledierte Bus. Seh mir, muss da weg. Wir müssen da hin. Edtricks, witz. Okay. Edtricks, du stehst wieder falsch. Warte, sehen wir einfach mal ein. Komm, ich schlade sehen wir einfach mal zur Party ein. Weil ja Amster jetzt rausgegangen ist. Dann weiß er wenigstens Bescheid, was wir hier machen. Stehst du wieder falsch, Edtricks. Jetzt nicht fliegen, ich bin im Xbox-Menü. Okay, dann warte ich noch kurz. Okay, ich bin raus. Okay, Edtricks hat sich nicht hingestellt. Oh mein... Alter! Das war nichts. Ja, aber das sah gerade aus wie die Teleportation von Son Goku. Ja... Das ja, aber das ist nicht passiert. Oh no, das Auto fliegt ja tatsächlich in die Luft. Ähm, ja. Das war nichts. Erstmal hallo, sieh mir. Hallo. 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 Aber gut. Funktioniert nicht. Ja genau, eh? WTF? Ich bin auf dem Auto und in den Job. Warte. Was? Bei mir bist du in der Bank gewesen. Und gleichzeitig unter der Bank? Alter, was war das denn? WTF? Wo bist du? Ah, hier. Hier! Da komm ich rein, Mann. Kannst du mir wieder angucken, was du mir... Hä? Du hast keinen Zugang zu diesem persönlichen Fahrzeug. Alter! Nein, das gehört nicht mir, sagt das Scheißspiel. Ja genau. Du musst dir das neu bestellen. Du musst dir das neu bestellen. Ich bin erstmal im eigenen Auto ausgesperrt. Ja, gibt's sowas? Ich bin einfach aus dem Auto raus und in den Job hier. Ich bin Johnny auf dem Platz. Ich werde dich aufhören. Panto. Panto wurde zerstört, Mann. Ja, ja geil, ey. Oder lass nochmal mit dem Bus einmal versuchen. Ich glaube, du musst gerade... Ja, probieren wir mal. Komm, probieren wir. Komm. Egal. Wir testen einfach nochmal. Ansonsten, hab ich nen Bus? Warte mal, hab ich nen Bus? Ich weiß gar nicht. Alter, der... Bei mir hat gerade gelaggt. Deswegen. Oh Scheiße, guck mal wo ich sitze, Alter. Wie kann ich helfen? Ähm... Sitze ich bei euch auch mit einem Bein aus dem Bus? Ja. Ja, das sieht irgendwie etwas ungesund aus, das Ganze. Quatsch. Das geht schon. Das geht schon. Ansonsten steilt das Bein einfach ab, dann hängt's nicht mehr so raus. Ja. Mit einem Bein kann man auch leben. Ey, der will den Kahnstein nicht hochfahren. Alter, ich könnte nen Kipp-Blaster holen. Klappt das für nen Kipp-Blaster? Weiß ich nicht. Ich glaub, der ist zu breit, oder? Okay, ich hätte... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte nen Bus... Wir können auch ne Stretch nehmen. Ne Stretch Limo. Ja. Den... Was sagst du, Semir? Stretch oder ein Bus? Ey, lass Stretch nehmen. Das geht, glaub ich, besser. Na gut. Der ist dann einmal so verbogen vorne, dass es nicht mehr geht. Der hat automatisch markiert, wo die Stretch steht. Der steht direkt da vorne, Alter. Da. Wir fahren jetzt hier Klassensfahrt mit dem neuesten Bus-Modell. Ja. Keine Sorge, Kinder, das gehört alles so. Der ist nagelneu. Nagelneu. Ohne Kratzer und Dellen. Das Nummernschild ist auch noch voll lesbar. Die Tür ist auch noch da. Alles wunderbar. Läuft. Die Räder drehen sich auch noch an. Das ist doch die Hauptsache an dem Fahrzeug, dass die Räder sich drehen. Die Sitze sind noch bequem, also... Ich würd sagen... Funktioniert, oder? Geht klar. Ja, ja. Klar, rollt doch. Kann man direkt bei Ebay Kleinanzeigen verkaufen. Machst du... Du müsst echt so ne Ebay-Anzeige machen. Bei mir bin ich gerade auf zwei Reifen gefahren, Alter. Läuft. Läuft bei dir auf jeden Fall. Ah, was... Was ist das denn für ne scheiß Farbe? Na egal. Lieber ne schwarze oder ne weiße. Huch, das tut mir uns aber leid. Das war die... Das war die Rache für den scheiß NPC mit dem Cargobob, ey. Dieser Spast. Ja, das war nicht nur einer. Soll das Simi aber auch einsteigen, ne? Oder Edtricks? Einer von beiden. Ja, wenn sie wollen. Wer will einer von uns einsteigen? Wer will mitfliegen? Edtricks, flieg du mit. Okay. Ey, er ist unser Ehrengast. Er wird gefahren von uns, ne? Er sitzt hinten. Jetzt sag nicht, das geht damit nicht. So. Warte. Was sagst du, der Farbe Edtricks sieht doch scheiße aus, oder? Lieber ne schöne schwarze. Aber du bist ja jetzt unser Gast hier drinnen. Bist ja der... Ey, komm, warum funktioniert denn das nicht? Ja, klar, mit nem Bus funktioniert das aber nicht mit ner Stretchlimo. Ja, genau. Das ist die Logik. Geht ja aus, halt realistisch. Ey, Alter, mir ist die Tür gleich weg von dem... Im Haus. Oh Gott, die Tür bei mir ist offen. Jetzt ist sie wieder zu. Genau, am besten dahin. Mann, die scheiß Ampel muss ja auch mal weg... Ah, danke, geht doch. Noch da. Ah, jetzt. Toll. Was passiert hier eigentlich? Autsch. Ein Auto wackelt rum. Ja, es ist gerade mächtig beschädigt worden durch nichts. Okay, wir fliegen. Autsch. Die ist kein bisschen deformiert, die Limosine? Nein, nein. Irgendeiner wird die schon kaufen. Und sie brennt. Egal, wir bleiben drinnen. Wir sterben. Komm, egal, komm, bis zum mittleren Ende. Bis zum letzten Tag. Komm, wir fahren noch mal gegen. Wir fahren noch mal gegen. Komm, nein. Toll. Funktioniert's nicht, ey. Das wär geil gewesen, in der Luft wir hier explodieren. Nein, nein, nein. Oh. Macht's gut, Leute. Nein. Also, ich könnte jetzt noch einen Bus rufen. Okay. Einen richtigen Schulbus. Nächstes Träger, also Fahrzeug zerstört. Genau, so. Ich ruf jetzt einen richtigen Bus, also einen Schulbus. Nicht so ein Luxusding, wie Atrix den hatte. So ein alter, alter, vergammelter Schulbus. Wie kann ich dir helfen? So. So, es ist für Pick-up an unserer nahesten Ort, Herr. Wo ist er denn jetzt? Warte. Wo ist er denn jetzt gespottet? Oh, ne, der ist da hinten. Auf der Pferderennbahn. Hast du ein Auto am Start? Nö, aber da kommt eins. Okay. Wir borgen uns das nur aus. Uns kann man vertrauen. Wir sind nur Waschbären. Du kannst deine Strecke mitnehmen, die beiden, oder? Okay, dann nicht. Kleine Autofahrt, wunderschön. Jetzt nicht, da vorne. Hier ist das Polizeidings. Ich wollte nicht schießen. Ich glaub nur, ich glaub nur, das ist nur ein Singleplayer da, oder? Ich würd nur das Fenster runter machen. Noch ein bisschen Frühschluft hier. Ich weiß, wie man das Fenster runter macht, ohne man es zerstört. Aha, und wie? Du musst den Mittelfinger so halten. Warte, 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 warte. Ah, jetzt ist es auf, ohne dass ich kaputt gemacht habe. Ach, ist doch egal. Ist doch völlig egal. Ach, Quatsch. Da, guck mal. Das ist ein Schulbus, Junge. Das ist ein Schulbus. Ich weiß, das ist der Flughafenbus. Ist doch egal, Mann. Ja. Rein da. Hauptsache, der steht hinten voll. Weißt du, das passt doch. Wir wollen fliegen, also jetzt geht's gleich zum Flughafen. Ey, warte, hier sind die beiden. Hä? Stell dir mal vor, ähm, wir fliegen echt zum Flughafen. Also wenn das klappt, ne? Dann mach ich ein fettes Kreuz im Kalender und werd die Folge Super Special nennen. Super Special Flug. E.T. war gestern, da konnten wir mit dem Fahrrad noch fliegen. Hier fliegen wir mit nem Bus. Ich will das Schild nicht mit dem Fahrer sprechen. Fehlt hier. Alter, du hast grad wir ein Irrer bei mir auf die Hupe. Sieht das aus? Drück nochmal auf die Hupe. Ist aus? Neeeeh. Auf den Weg. Hier gibt's Werbung. Was haben wir denn hier? Knöli? Irgendein Getränk? Äh Oh, jetzt regnet's auch noch, geil. Passt ja. Oh, mit der Karre, ey. Komm, werden wir mitfliegen. Jetzt geht's zum Flughafen, Downtown. Werden wir sehen. So, noch mal einen letzten Blick auf den noch intakten Bus werfen. Er wird ein bisschen leiden jetzt. Okay, gegen die Palme, die Palme war's. Er fährt noch. Ja. So kaputt, also die letzten... Ja, es geht. Der letzte war nicht... Ey, Advex, Advex, du solltest deinen Bus echt zurückgeben. Der war ja direkt demoliert beim ersten Mal. Der hier ist noch deutsche Werdarbeit. Alter. Äh, äh. Ey, jetzt ist bei mir fast gerade das Gebäude senkrecht hochgefahren. Warte, das kommt noch. Guck mal, dafür hat der fast gar keine Schäden. Alter, der hat fast gar keine Schäden. Was ist denn das für ein Bus? Außer, dass das jetzt schon so krumm wie so eine Banane ist bei mir. Das ist bei euch auch so krumm. Ja, so ein bisschen, ja. Ein bisschen. Bei mir ist er ein bisschen krumm, nicht viel. Nur ein ganz kleines bisschen. Jetzt flieg schon. Ja, sofort. Ladies and gentlemen, bringen Sie Ihre Sitz in eine aufrechte Position. Wir fliegen gleich. Los jetzt. Das Startkatapult, ja. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss Sie nochmal an die Tür stellen. Die geht gar nicht richtig. Ladies and gentlemen, leider kommt es zu einer leichten Verspätung hier. Wir bitten das zu... Was war das denn? Alter. Das war schon wieder so ein Goku-like. Ja. Also teleportieren können wir uns. Verehrte Fahrgäste, wir bitten Sie, es zu verstehen. Wir können uns zwar teleportieren, aber wir können nicht fliegen. Es tut uns wirklich sehr, sehr leid. Sie kriegen Ihr Geld wieder zurück. Nein, kriegen Sie nicht. Ja, dieser verdammte Kackbus. Okay. Wer hier, wer hier ist zu fett? Wer hier von euch ist zu fett? Ja, okay. Okay. Okay, es geht wieder abwärts. Ladies and gentlemen, Achtung. Landung. Noch eine Rolle. Nein. Nochmal. Nochmal, komm. Wir sind gelandet. Wir sind gelandet. Ähm, actually, du siehst irgendwie so blass aus. Ich weiß, die Landung war etwas unsanft. Los, komm, nochmal. Äh, das ist nicht richtig. Stell dich nochmal anders an die Tür. Wackelt nicht richtig. Genau, wackel. Wackel, 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 dackel. Okay. Aua. Ähm. War das gerade ein KMH oder was? Hatten Sie gerade weggepustet, aber ohne dass wir abheben. Ja, bei mir sind wir gerade übers Dach, Dach geslidet. Also bei mir sind wir einfach nur über die Straße gerutscht, bis dahin. Ja, ja, bei mir halt, halt übers Dach. Richtig übertrieben. So, nochmal, weil es so schön war. Jetzt komm schon. Ey! Oh mein Gott, die Textur war. Ey, wir fliegen genau gerade. Wir fliegen genau gerade. Ey, wir starten genau gerade in der Luft bei mir. Ja, bei mir auch. Und bei mir haben die Textur nicht gelassen. Also bei mir war noch ein Stück vom Bus über uns. Irgendwas war über uns vom Bus. Was ist abgefallen? Äh, der Bus kaputt, der fährt nicht mehr. Ach komm. Er wackelt einfach, ich mach nicht. Ich bin ja auch, Alter. Komm. Alter, mach's für der Ruste einmal kurz draufhauen. Also, warte, ich hau mal kurz drauf. So, gleich fährt er wieder, pass auf. Ach ja, der Bus wackelt in der Zeit. So, jetzt fährt er ein bisschen wieder. Achtung, einsteigen. Nein, der funktioniert nicht. Alter, der wackelt in mir die ganze Zeit. Alter, was machst du? Was machst du denn da? Alter, er zwicks. Scheiße. Alter, ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Alter, jetzt fällt er auf mich drauf. Alter, die Palme hat mir das Leben gerettet. Ey, danke, Palme. Alter, schwe... Alter, was machst du denn da? Ey, was machst du da? Alter, du hüpfst die ganze Zeit. Du hüpfst... Er fällt einfach um, Mann. Ich mach nicht. Er fällt einfach um. Warte mal. Das kann man ein bisschen beheben, wenn man drauf springt. Warte. Alter, Autsch. Nein, 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 nein. Spring doch drauf hier. Alter, ich kann ja nicht drauf springen. Alter. Nein, 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 nein. Autsch. Warte mal, ich ramme schon mal mit dem... Ich ramme schon mal mit dem Auto jetzt mal. Warte. Ja, ramme ich mal weg. Versuche mich mal wegzurammen. Der Bus fährt irgendwie nicht mehr so geil. Warte, weiß ich, ist das noch irgendein Glitch oder so? Er fährt wieder, er fährt wieder. Ja, siehst du. Sag doch, die Russen... Die Russenmethode funktioniert immer. Aua, jetzt fahr mich noch oben. Guck dir mal, das... Das rechte, hintere Rattern. Ähm, irgendwie fehlt vorne. Die ganze Front fehlt irgendwie. Bei mir nicht. Steigt mal wieder ein. Okay. Mal sehen, ob ich den Bus noch mehr zerstört bekommt. Oh, der arme Bus, ey. Er hat den Lippen. Jetzt ist er krumm, jetzt ist er krumm, ja? Und er sieht irgendwie nicht mehr gesund aus. Ja, aber er fährt voll schnell. Was geht mit dem Bus, Alter? Das war die russische Methode. Wenn irgendwas nicht funktioniert, einfach draufhauen. Dann geht's wieder. Nein, du... Alter, das fährt voll schnell. Ähm, wer hat den Wagen jetzt getunt? Das war bestimmt Atrix, der da drunter lag. Hat er jetzt schnell getunt hier. Wer, warum ist der jetzt so schnell? Okay, irgendjemand hat gerade... War bestimmt mal ganz kurz kacken. Jetzt sind wir wieder ganz leicht. Oh, Gott. Jetzt stell dir das bloß nicht bündlich vor. Das ist nicht so geil. Ey, der ist einfach so schnell, der Bus. Was geht ab mit dem? Und dabei hat er keine Beschleunigungslöcher. Wie bei den Simpsons, die fehlen. Mein Gott, mal sehen, ob wir ihn noch mehr zerstört bekommen. Ich glaube, ähm... Atrix ist tot. Er sagt nichts mehr. Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen zum nächsten... Diesmal geht's, ähm... Ja, ist noch nicht... Ist noch nicht ganz entschieden. Werden wir... Diesmal geht's... Diesmal geht's nach Pakistan, Leute. Schneidet euch an. Oder wo wollt ihr hinfliegen? Wo soll's hingehen, Leute? Alter! Wir fliegen! Oh, ich guck grad nach unten. Ey, geil, Mann. Geil. Du hörst ja auch grad die Luft an dem Bus. Ja. Und wir drehen uns. Und wir drehen... Oh, scheiße. Wir knallen genau auf das Gebäude. Oh, nein. Oder auch nicht. Oh, nein. Ich versuch gerade zu landen. Nein! Oh mein Gott. Ey, wir haben es überlebt, ey. Ich hab uns in meinem Augen schon explodieren sehen. Ein Gebäude. Wah. Wie kommen wir hier raus? Warte. Äh... Rückwärts? Fahr mal rückwärts. Jetzt saß ne Treppe. Nein. Da geht's nicht runter. Boah, Leute. Boah, jetzt ist er aber richtig krumm, ey. Okay. Hier geht's auch nicht. Seid ihr alle noch am Leben? Leute? Lebt ihr noch? Ja. Sehr gut. Wir müssen hier mal raus. Klappt doch. So mehr oder weniger. Nein. Jetzt sag nicht, du hast uns festgefahren. Nein. Ähm... Die Räder hängen in der Luft hinten, ne? Nur so als Info. Hab ich gesehen. Komm schon. Und... Wir wackeln einmal mit dem Stick, komm. Alle mal gemeinschaftlich hier wackeln. Das klappt bestimmt. Ja, komm weiter, 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 weiter. Gleich fallen wir nach hinten runter. Komm. Weiter wackeln. Und dann, Leute. Der Bus wackelt nicht, weil wir hier Fäckeleien machen. Den Bus. Der wackelt einfach nur so. Oh, fuck. Warte mal. Soll ich mal anstupsen? Ja, genau. Jetzt versuchen drei kleine Hampelmänner an, den Bus wegzutreten. Ja, das kann ja was werden, ey. Halt ich mal die Nummer vom ADAC. Sorry. Sorry. Er rastet aus. Das ist ein Schädeltrauma. Der Aufschlag war zu hart für ihn. Alter, pack die Gatling-Gun weg. Alter, pack die Knarren weg. Hier kann nur einer helfen, und zwar der Golfschläger des Todes. Alter, du sollst mich nicht hauen? Alter, der hautnimmt erstmal schön. Geht mal aus dem Weg. Geht mal aus dem Weg. Oh, sorry. Ich hab etwa jetzt gerade auf den Arsch gehauen. Tut mir leid. Vielleicht geht das ja doch mit, Herr Gatling. Ey, der bewegt sich kein... Jetzt qualmt er. Oh, jetzt brennt er. Egal, wir holen uns einfach einen neuen. Lass dich auf die Straße runterspringen und einen neuen bestellen. Au. Okay. Erstmal runterfallen wie ein Kackhaufen. Ne, ich bin nicht so runtergefahren. Doch. Hä? Na gut. Soll ich einen neuen rufen, oder soll Atrix seinen Bus holen? Der war ja vom Fliegen her besser. Nein, der hier war besser. Der hat länger funktioniert. Okay. Dann hat er den Flughafenbus. Alles klar. Wir bestellen den Flughafenbus. Aber der funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Weil da einer noch heil ist. Ah, Atrix, danke schön. Ah, toll. In dem Moment nimmt die ab, die alte. Jetzt schreibt sie. Es tut uns leid. Leid, dass er gerade explodiert. Als hätten wir das nicht mitbekommen. So. Schnell. So, Bus. Woher kann ich helfen? Bus. Da, Bus. Bus ist bestellt. Habt ihr ein Auto? Wir brauchen ein Auto hier. Ist das denn hier? Sitzt da? Oh ja, hier. Hier rein. Alles klar. Ey, das ist sogar die Farbe von meinem Shirt. Geil. Passt. Ja, der ist auch schon automatisch markiert worden. Perfekt. Ja. Im Feuerwehrauto könnte man es auch mal probieren. Wenn einer hinten dran hängt. Oh nein, das ist sowas nicht gut. Ey, der fliegt da bestimmt so eiskalt weg in der Luft. Auf Feuerwehr hätte ich gerne einen Fallschirm. Nur fliegen ist schöner. Eingehender Anruf. Ja, genau. Der Bus ist wieder weg. Wartet. Okay. Dieser verdammte Scheiß-Pegasus. Verdammter Dreckszickladen. Warte mal, fährt einer von euch eben kurz E-Trix, sagst du mal kurz. Geh kurz. So. Bus ist gerufen, so. Ey, du kackst jetzt nicht ins Auto, oder? Das ist kein Klo. Okay. Machen wir die Fenster bitte runter, Hedtricks. Das könnte gleich ein bisschen stinken. Warte, ich mach mal auf. So. Wir haben jetzt ein bisschen Frischluft hier. Das war ein schöner Drift. Oh, kein Blinker gesetzt. Oh, 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 das geht gar nicht, Hedtricks. Das geht gar nicht. Kein Blinker gesetzt. Ja, ich bin nicht hat der Kerl. Richtig, Quatt. Nein. Okay. Das erklärt warum wohl. Hm, kein Blinker gesetzt. Das gibt 10 Strafpunkte. Wo ist der verdammte Bus? Wo ist der Bus? Oh. Da ist er. Ähm, wo kam der gerade her aus dem Nichts? Da ist er, der Bus. So. Ja, Niemals auch jetzt hier am Start. Er will mitfliegen. Ob er weiß, worauf er sich eingelassen hat, oder sie. Na gut. Besser, gerade an uns vorbeigefahren. Ah, Simeo. Sei gegrüßt. Mein Gott. Erstmal wenden. Der Banger hat das beste Handling ever, ne? Ja, aber dafür kann man besser fliegen als der andere. Aber ich wette, dass der ein besseres Handling hat als der Smart. Tagspray hat das für sie. Doe ist das für diese Handlinge. Ich bin schon mal für mich. Und da ist das für sie. Reise, Produkter, kandidatische Handlinge. Das für sie. Ich bin schon mal für die Hände. Ich bin schon mal für sie. Ich bin jetzt auch mal für sie. Ah, gangsta shit! Oh, gangsta shit! Oh, gangsta shit!